Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meiner kleinen Küche. Ich zeige euch heute Fischfilet à la Baudelais, wobei ich mich heute für Caballéaufilet entschieden habe. Und eines vorneweg, bei diesem Videorezept hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich habe ja komplett vergessen, die halbierten kleinen Tomaten zuzugeben. Die Zutaten sind allerdings richtig aufgelistet. Ja, ich habe sie ganz einfach nur vergessen zuzugeben. Nun aber Ärmel hoch und los. Dies ist übrigens wieder eines meiner Instagram-Rezipte, welches ich euch auf YouTube allerdings auch nicht vorenthalten möchte. So, nun geht es aber wirklich los. Ich habe hier etwa 280 Gramm Caballéaufilet. Diese werden mit frisch gepresstem Zitronensaft beträufelt, gesalzen und gepfeffert. Die Karotten habe ich in Scheiben geschnitten und die Zucchini klein gewürfelt. Das Gemüse kommt nun in die mittelgroße Ofenhecksee. Und an dieser Stelle würde ich auch die halbierten kleinen Tomaten zugeben. Das vorbereitete Fischfilet kommt auf das Gemüsebett und weiter geht's mit der Panade. 30 Gramm flüssige Butter werden mit 40 Gramm Semmelbrösel und 2 Esslöffel gemischte Tiefkühlkräuter sowie einem Drittel Teelöffel von der hausgemachten Knoblauchpaste verrührt und das wird auf dem Fischfilet glatt gestrichen. Das Backgitter befindet sich im untersten Einschub und die mittelgroße Ofenheckse kommt nun für etwa 30 Minuten in den 200 Grad Backofen. Ja, und nebenan im Backofen parkt zeitgleich auch die Lilly mit den Kartoffeln. So, ihr Lieben, das war's heute auch wieder von mir. Liebe Grüße, eure Jana. So, ihr Lieben, das war's heute auch wieder von mir. Vielen Dank.